In diesem Video geht es um die Funktion Stäbe trennen. Ich möchte euch einige coole Workflows damit zeigen. Ich beginne damit, dass ich hier eine zweite Lage aus dem Assistenten nehme. Ganz normale Stabformfunktion. Ich zeichne hier jetzt auf der längeren Seite also im Grundriss betrachtet auf die längere Seite ein Eisen ein was komplett über die ganze Länge geht und das mache ich mit Absicht. Ich bin mir bewusst das Eisen ist aktuell zu lange. Ich erstelle das aber mal so und ich verlege das auch so gleich hier auf die ganze Breite und jetzt möchte ich euch einmal die Möglichkeit aufzeigen wie man mit der Stäbe trennen Funktion ziemlich einfach nachträglich an beliebigen Orten einen Übergreifungsstoß erzeugen kann. Mit anderen Worten ich habe vielleicht eine Decke oder eine Bodenplatte welche ich bewähren möchte. Ich weiß beispielsweise ich muss über der Wand oder unter der Wand oder in der Feldmitte einen Stoß erstellen und mit dieser Funktion kann man das ziemlich einfach nachträglich also man spart sich ziemlich viel Zeit. Ich wähle jetzt hier den Trennmodus Übergreifung aus und anschließend sage ich hier Bezug zur Trennlinie mittig und jetzt kann ich hier noch beispielsweise die Überlappung einstellen. Ich nehme jetzt hier mal 65 cm an und jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit Polygonzug auszuwählen. Anschließend selektiere ich hier meine Bewährungseisen im Grundrissschnitt und kann jetzt hier beispielsweise über dieser Wand oder unter dieser Wand abhängig davon ob ihr eine Bodenplatte oder eine Decke erstellt hier diesen Polygonzug einzeichnen, mit Escape bestätigen und wir sehen hier, ich habe wunderbar das Ganze aufgesplittet, wird noch deutlicher wenn ich hier das ein bisschen anders darstelle. Es gibt tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass man nicht nur auf einer Linie schneidet. Wenn ich jetzt beispielsweise so etwas machen möchte, dass ich eigentlich hier und hier schneiden will, dann kann ich folgenden Trick anwenden. Ich nehme hier dieses Eisen und lösche das raus und jetzt habe ich zwei Verlegungen, einzelne, die sollten nicht zusammen sein, wenn man das so macht. Ich wähle jetzt wieder Stäbe trennen aus, ich sage erneut Übergreifungsstoß erzeugen, mittig, ich bleibe bei den 65 und ich nehme hier wieder Eingabe Polygonzug. Ich wähle meine beiden Verlegungen und jetzt fahre ich hier meiner Hilfslinie entlang und jetzt habe ich hier einmal den Stoß auf dieser Höhe erzeugt und einmal auf dieser Höhe. Man kann also mit dieser Funktion wirklich ziemlich schnell am passenden Ort den Übergreifungsstoß setzen und muss nicht immer einzelne Verlegungen im Vorfeld erstellen. Falls hier die Eigenschaften rausfliegen, denkt daran, diese wieder zuzuweisen. Das hat damit zu tun, dass aktuell diese Bewährung komplett neu generiert wird nach dem Stäbe trennen, also das sind neue Positionsnummern und aus diesem Grund haben die keine Eigenschaften, die gehen verloren, die werden sozusagen nicht vererbt. Genau, das wird vielleicht mal noch überarbeitet, aber aktuell einfach bitte daran denken, mit Formateigenschaften modifizieren, die entsprechenden Eigenschaften wieder zuzuweisen. Das wäre ein Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall wäre hier beispielsweise bei einer Wand. Man kann beispielsweise sich die Überlegung machen, dass man diese Aussparungen, welche jetzt hier schwer zu erkennen sind, ich zeige das mal in der Animation, dass man diese Aussparungen zu Beginn einfach ignoriert und mit den horizontalen und vertikalen Eisen einfach mal drüber hinweg bewährt und diese dann im Nachhinein ausschneidet. Das ist auch wieder ein möglicher Workflow mit der Stäbe trennen Funktion. Hier gehe ich aber auf Öffnung. Ich wähle wieder Bezug zur Trennlinie mittig. Jetzt ist das hier noch verwirrend. Dieser Wert bedeutet nicht, dass die Öffnung nur 6 cm breit ist. Das ist im Prinzip zweimal die Überdeckung. Also wenn ich hier 3 cm Überdeckung habe, dann muss ich hier 6 cm eingeben. Unten wähle ich den Eingabemodus Öffnung aus. Als nächstes gehe ich in meinen Schnitt und selektiere alle Verlegungen, welche ich berücksichtigen möchte und kann jetzt hier einfach mein Polygon eingeben, der Öffnung und diese Stäbe ausschneiden. In diesem Fall werden hier jetzt 4 Verlegungen ausgeschnitten. Also 4 Verlegungen gleichzeitig. Wichtig ist einfach, dass man sich bewusst ist, man muss hier zwingend noch einige Stäbe löschen. Beispielsweise entstehen hier solche kleinen Überbleibsel. Die Stäbe werden wirklich nur getrennt. Es hat also keine Intelligenz dahinter, dass man hier irgendwie automatisch einen Bügel erzeugt. Es wird wirklich einfach nur ausgeschnitten. Aber man kann jetzt beispielsweise hier aus diesem Eisen einen Stoßbügel erstellen und so weiter und so fort. Also das sind Möglichkeiten, die es dann gibt.